Menschlichkeit, große Kompetenz und jede Menge Erfahrung. Das sind die Eigenschaften, mit denen Versicherungsexperte David Aberdin für seine Klienten stets die perfekte Lösung findet. Der Leiter der AXA Filder Finanz GmbH in Filderstadt ist eine Koryphäe auf den Gebieten Vorsorge und Krankenversicherung. Zum umfangreichen Aufgabenportfolio zählen unter anderem auch Finanzplanung sowie Vermögensverwaltung. Nach einer eingehenden Beratung und ausführlichen Bedarfsanalyse schnürt der sympathische Finanzfachwirt ein auf jeden Klienten individuell zugeschnittenes Versicherungspaket. So können Sie sicher gehen, dass Sie rundum bestens abgesichert sind. Ob Privat- oder Geschäftskunde – in Sachen Versicherungen weist man sich im AXA Center von David Aberdin in verantwortungsvollen Händen. Bis zum nächsten Mal.